Ich werde niemals Dead by Daylight spielen. Uuuuh, die Kapelle. Wow, ich muss ganz ehrlich sagen, was? Widerfeind? Du bist ein Wizard, Harry. Ah, die ganze Crew ist am Start. Hallo. Hi. Frag mich, wen wir haben. Uh. Ja, ich würde meinen, das könnte mir schneller runter werden. Oh nein. Er spielt Michael. Nein, er lutscht sich an mich hoch. Ne, der lutscht nicht. Der hat jemanden. Wartet, 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 wartet. Okay, die Lori, die macht schon. Da muss ich jetzt nicht mit, äh, mich reinhängen wie so ein Teebeutel. Da gehe ich lieber woanders hin. Äh, kriegt die es wirklich hin? Hä, wo hat denn der die aufgehangen? Ach ne, die ist schon frei. Die ist schon frei. Wo ist er? Boah, ich hau ab. Erstmal ein paar Vögel aufgeschreckt. Das muss sein. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Michael nicht. Wenn er dann sein Diabolik drin hat, Alter, das ist richtig unfair. Oh ja. Hier oben war doch meistens immer ein Generator. Oh! Ja, hier, mein toller Generator! Fuck! 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 Nein! 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 Der hat mich aus den Augen verloren? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Egal. Ich gehe wieder hoch. Den habe ich gesehen? Alter! Hab ich einen Schreck bekommen gerade. Alter! Wollen wir hinter mir? Danke. Blödes Aschloch. Blödes Aschloch. Nein! Du hast mich nicht gesehen. Oh! Nein! Nein! Wo ist er? Nein! Nein! Nicht Claudi! Fuck! Ne, das war's. Also... Der... Der versteht keinen Spaß am Spielen. Er hat keinen Spaß am Spielen. Alter! Ich könnte natürlich mich zu ihr robben. Aber ne, das bringt nichts. Er hat sie schon im Visier. Wenn ich sterbe. Wenn ich sterbe. Wenn ich sterbe, dann... Keine Ahnung. Nein! Er lässt mich nicht verbluten, oder? Nein! 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 Ich! Er würde da zu kämpfen haben! Er hat... Aber Eisener Wille? Warum sage ich immer Eisener Wille? Eisener Wille... Das kommt mal von Mordor Schatten verflucht. Ich verstecke mich hinten in der Ecke. Mal gucken, wann er mich findet! Jetzt wahrscheinlich hat er mich schon... Nein! 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 Wickel! Nein! Hier dürfte in der Nähe eigentlich kein Haken sein mehr! Wickel schneller! Ich penetriere schon meine Tastatur! Nein! Es war so knapp! Fuck! Was bist denn du für ein salty Typ? Ja... Fucking Arschloch! Wie der... Wie der Kürbis einfach mal so ganz alleine ringsherum um... so in der Mitte zwischen uns steht, Alter! Okay, neue Runde, Leute! Uuuuh! Es wird dunkel, meine Damen und Herren! Denn wir sind auf der Macmillan-Karte! Okay! Wieder vereint! Ja, nice! Was? Gibt's gleich mal dickfett Punkte! Eigentlich müsste ich ja Nektar sammeln gehen! Aber irgendwie... What? Ich glaube, ich habe alles gesehen und ich habe Angst, dass es genau das ist, was ich... was meine Angst habe! Ich habe Angst, was ich hatten... Und wo soll ich da sein? Nope! Ha! 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 Nope, das funktioniert bei mir nicht. Ich hab schon so oft gegen die Killerin gespielt, dass es nicht mehr funktioniert. Ihihi. Oh, fuck it! No, ich wollte sie von der Seite so ein bisschen schocken. Fuck! Wo gibt's denn hier ne... Okay. 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 Nice! Ja, ich glaub, dafür würd sie mich hassen und hängen. Nein! Nein, es klappt nicht ein zweites Mal. Schade! Es klappt kein zweites Mal! Sign, let me out there on the mountains. Yes, Virginia! I go home! Oh nein, hör auf so zu tunneln! Fuckin' mountains! Yes! Bitte, hab keine nurse calling. Please! Can't you hear? No! 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 Jetzt hängt die mich dort auf den Haken! Haken! Nein! Come let me out! Oh! Fuck! Die ist voll am Captain, die Alte! Gucke mal, wie die am Captain ist! Guck dir das mal! Hau ab! Hau ab! Oh nein! What? Das war ein bisschen zu offensichtlich, ehrlich gesagt. Danke. Danke. Ha 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 ha! Spring out! No! No! Wiggle out! Wiggle, 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 No! Fuck! Jetzt hängt die schon wieder hier ab! Ja, die ist richtig salty, ey! Ich weiß nicht, was, was sie zum Frühstück hatte. Okay, Kaffee, get out, out there. Ich muss Orgidby ans andere Ende. Ich komme hier nicht weit. Hau ab! Ja, das war so klar. So klar war das. Ich sehe nichts mehr. Feuer ist im Weg. Letzte Hoffnung. Letzte Hoffnung. Ich bin entkommen. Aber die lässt mich nicht in Ruhe. Warum auch? Komm, 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 no, what? 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 Ja, fuck. Fuck. Einfach nur fuck. Elende Camperin. Oh, scheiße. Ich hoffe, Bärchen entkommt auch noch. Oh, fuck. Ja, Mensch, ich mach doch das. Hau ab. Oh, das war... Ich weiß nicht, was die so viel Hass hatte, ja? Aber die war richtig salty, alter. Alter. Ja, heilige Fäule habe ich nichts hingekriegt. Alter. Ich habe aber wenigstens einen Rank bekommen. Und das ist die Hauptsache, würde ich meinen. Ja, Items verloren. Ja, scheißegal. Von denen habe ich mehr als genug. Ja, wenigstens. Also, die Kuh ist halt, über so einen Rank zu bekommen. Und das ist das Beste. Und er hat gleich aufgegeben. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war eine echt gute, in Anführungsstrichen, Runde. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Vielleicht wieder bei DBD. Mal gucken. Vielleicht auch wieder was anderes. Subnautica habe ich noch eine Folge da. Die muss ich nur noch rennen holen. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen nochmal. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.